Hallo, ich bin Jack Canfield. Ich bin der Autor von Bestsellern mit einer Gesamtauflage von mehr als 130 Millionen Büchern weltweit. Vielleicht kennen Sie mich auch als einen der Experten im Film The Secret oder als Co-Autor der Buchserie Hühnersuppe für die Seele und als Co-Autor des Bestsellers The Success Principles, Kompass für die Seele, wie man im Leben erreicht, was man möchte. Ich gebe weltweit Coachings. Ich war schon in 30 Ländern und habe Seminare für hunderttausende Menschen gegeben. Am 28. und 29. Januar 2012 werde ich zum ersten Mal ein Seminar in Deutschland geben. In diesem Praxisseminar, Glücklich zum Erfolg, werden Sie lernen, wie Sie Ihr Leben verändern können, um das zu erreichen, was Sie wirklich möchten. Ich werde Ihnen zeigen, wie Sie die Steuerung Ihrer emotionalen, intellektuellen und physischen Welt übernehmen. Sie werden Verbesserungen in jedem Bereich Ihres Lebens spüren, spirituell, finanziell, körperlich, in Ihrer Partnerschaft und in Ihrer Karriere. Egal, welche Rückschläge es für Sie, Ihre Familie oder Ihre Karriere schon gegeben hat, ob jung oder alt, ich werde Ihnen zeigen, wie Sie glücklicher und wirtschaftlich erfolgreicher sein können. Erreichen Sie, was Sie möchten. Erleben Sie Freude in Ihrer Partnerschaft. Erleben Sie die Freiheit. Erschaffen Sie sich mehr Freizeit für Ihre Familie, Ihre Hobbys, für ein wirklich ausgewogenes Leben. Ich habe das in meinem Leben geschafft und habe es tausende meiner Teilnehmer gelehrt. Genauso werde ich es Ihnen beibringen. Und ich verspreche Ihnen, dieser Event wird Ihr Leben verändern. Sie können Ihr Einkommen drastisch steigern und gleichzeitig mehr Freizeit erleben. Es ist möglich. Lernen Sie, Stress aufzulösen und schlussendlich inneren Frieden in Ihr Leben zu bringen. Und das möchten wir doch alle. Glücklich sein und Erfüllung in unserem Leben finden. Ich werde Ihnen zeigen, genau das zu tun. Die Firma Ultimative Erfolg Event veranstaltet dieses Zwei-Tage-Seminar und ich freue mich schon riesig darauf, Sie in Ludwigsburg am 28. und 29. Januar zu treffen. Seien auch Sie bei diesem absolut einzigartigen Seminar dabei. Reservieren Sie Ihr Ticket noch heute. Wir in Amerika sagen, be fair or be square. Das heißt, seien Sie dabei und verändern Sie Ihr Leben. Lassen Sie es nicht dem gleichen alten Trott an sich vorbeiziehen. Sie können Ihr Leben nur verändern durch die Entscheidungen, die Sie treffen und die Veränderungen, die Sie heute beginnen. Heben Sie Ihr Leben auf die nächste Stufe. Ich freue mich auf Sie. Wir treffen uns in Ludwigsburg. Ich freue mich auf Sie.